Auslöser der vielen Spaziergänge in Deutschland seit dem November sind das gebrochene Versprechen ihrer Bundestagsfraktionen, einer Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 niemals zuzustimmen. Friedensfreiheit, Selbstbestimmung. Mit uns würden Rechtsradikale und Neonazis laufen. Ich habe noch keinen gesehen, wer einen hier findet, der darf mich gerne mit nach Hause nehmen und füttern, ich werde das nicht tun. Aber nichts mehr, keine Jugend, aber nichts mehr weinen. Wir haben uns hier begonnen. Wir haben uns hier begonnen. Wir haben uns hier begonnen. Wir zusammen für Volksverfreiheit. Wir zusammen für Volksverfreiheit. Wir schlippchen, wir schlippchen. Wir haben uns hier in unserem Land aufgewandt. Wir haben uns hier begonnen. Wir schlippen, wir schlippen, wir schlippen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR